Der große Knüller war natürlich diese Woche Bischof Mixer. Bischof Mixer ist ja auch Militärbischof. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gebührend erwähnt haben in unserem Podcast. Also Mixer ist auch Militärbischof und sollte eigentlich diese Woche wohl in Afghanistan sein, wäre auch vielleicht nicht ganz unangebracht gewesen. Es sind ja in den letzten Tagen und Wochen einige Soldaten dort gefallen. Also durchaus ein Anlass für den Militärbischof da zu sein. Er hat aber keine Zeit, weil in Augsburg wichtige Geschäfte oder Angelegenheiten drängten. Und zwar hat ja dieses, es gab ja diese Vorwürfe, dass Mixer Waisenkinder in einem von Nonnen betriebenen Waisenheim geprügelt oder körperlich gezüchtigt haben soll mit Teppichklopfer, Stock und dergleichen oder ins Gesicht geschlagen, solche Sachen. Genau, Kochlöffel. Ja, genau, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls die Leute von dem Heim haben das tatsächlich ernst genommen und haben einen Sonderermittler eingesetzt, um diesen Vorwürfen nachzugehen. Und der hat am Freitag seinen Zwischenbericht vorgelegt. Und etwa eine Stunde vorher hat Bischof Mixer dann ein Statement an die Bild-Zeitung geschickt, dass es doch sein könnte, dass er das nicht ausschließen könnte, dass er vielleicht doch die ein oder andere Watschen vor 20 oder 30 Jahren verteilt hätte. Und das kam natürlich extrem schlecht an. Ja, klar, natürlich, das ist ganz offensichtlich, dass er nur das zugibt, was dann so oder so überhaupt nicht mehr abzustreiten ist. Ja, ihm war offensichtlich bekannt, dass der Sonderermittler auch hier, er hat zwei Fälle genannt, wo von kräftigen Ohrfeigen, also mit voller Wucht, hieß es, in einem Fall zumindest, die Rede war. Und ich nehme an, Mixer wusste, was da auf ihn zukommt und hat das dann nochmal nachgeschoben. Man muss jetzt natürlich sagen, dass er ja der Bild-Zeitung vor zwei Wochen erklärt hätte, er hätte ein reines Herz und er hätte niemals in irgendeiner Weise Gewalt gegen Kinder oder sonst jemanden angewandt. Und das würde sich auch mit seinem Verständnis vom Bischof nicht vertragen. Und er sei auch dankbar dafür, dass er als Kind nie geschlagen worden sei und noch nicht mal Ohrfeigen gekriegt hätte. Also er sagt ja jetzt, Ohrfeigen wären ihm gar nicht in den Sinn gekommen bei dem Thema. Ich meine aber, er hätte das selber erwähnt in dem Interview, dass er noch nicht mal geohrfeigt worden wäre. Und dann hat ihn ja, also vor zwei Wochen, man muss ja hier mal unterscheiden, wann hat Mixer diese Aussage gemacht. Vor zwei Wochen hat ihn dann der Bild-Reporter, glaube ich, gefragt, ja und wenn jetzt damals jemand in die Hand ausgerutscht wäre und dann sagte Mixer, dann wäre das aus heutiger Sicht als schwere Verfehlung zu bezeichnen oder so. Ich habe jetzt nicht das Zitat gerade hier. Und am Freitag hat er dann gesagt, ja, das wäre ja damals völlig normal gewesen. Das hätten ja auch alle gewusst, Erzieher und Schüler. Und das kam natürlich extrem schlecht an. Wir müssen auch sagen, was es damals bedeutet. Ja, also Mixer hat sich von vor 20 bis 30 Jahren bezogen. Also genau die Zeit, nachdem die körperliche Züchtigung für Schulen abgeschafft worden war, hat er das noch als normal bezeichnet. Verboten worden ist. Also da waren ja Gesetze dagegen, dass man das nicht mehr machen kann. Ich denke mal, dass pädagogisch das schon länger klar war, als dass man sowas nicht machen soll. Aber dann gab es Gesetze und ich weiß noch genau, wie ich in der Schule war, dass eben genau diese Gesetze dann auch diskutiert worden sind. Und einige waren auch kontrovers dazu. Aber ich ging ja, ich war schon früher in der Schule. Also wir reden über eine Zeit, nachdem das Ganze schon etabliert worden ist und das Gesetz schon zehn Jahre alt war und in ganz Deutschland kein Kind mehr geschlagen werden durfte vom Gesetz her. Also das ist nicht so, dass er sagen kann, wir sind hier ganz alte Fälle aus den 50er und 60er Jahren. Das ist wirklich etwas, was viele Leute in der Öffentlichkeit eben halt aus ihrer Kindheit sehr gut beurteilen können, dass das nicht wahr ist, was sie da sagen. Was aber auch interessant ist, ist, dass Mixer ja sagt, er könnte sich selber nicht daran erinnern, jemanden geohrfeigt zu haben. Er hat ja auch keine Ohrfeigen zugegeben, sondern er hat nur eingeräumt, dass er das nicht ausschließen kann. Wenn er jetzt aber sagt, dass damals dieses Ohrfeigen völlig normal sei und das hätten auch alle Schüler und Lehrkräfte gewusst, dann scheint er sich ja an ganz viele Ohrfeigen von anderen Leuten erinnern zu können. Nur an die eigenen. Nein, ich höre gerade alle Nächsten. Ich höre gerade alle Nächsten.